Liebe Studentinnen, lieber Student, wir bleiben heute in Kurs A1, in Kapitel 3 und üben und wiederholen weiter die Präpositionen. Die deutschen Präpositionen, ein schwieriges Kapitel. Es ist nicht ganz logisch. Sie können den Grammatik teilen und die Regeln nachlesen in unseren Grammatiktafeln im PDF-Format oder in den Grammatikvideos zu Kapitel 3. Bitte ergänzen Sie die Lücken. Ich werde Ihnen nach einer kurzen Pause die Lösung mündlich nachliefern. So, nun zur Lösung. Der Transporter, also der Autotransporter, ist auf beiden Ebenen mit PKWs beladen, die vom Autowerk zu den Autohändlern überführt werden. Die Kosten für die Überführung trägt der Autokäufer. Tschüss, bis zur nächsten Übung.